Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. An November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Und da! Ein ausgerechter Himmler! Und dafür müsste man ihn auf die Wand stehen! Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer-Grabbel hält! Bekrat! Feigelei! Feigelei! E bitte? E bitte? E bitte? E bitte? E bitte? Sonst haben wir jede Chance verspielt. Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn auf die Wand stehen! Gesamorphelist! Das war ein Befehl! Der Angriffstein, das war ein Befehl! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Ob sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Wie geht's dann weiter? Na vielleicht schon dort! Feigelei! Feigelei! Dieser Versager, dieser Schmarratzen! Ein paar Vanille, faulen Bits! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederzterrestiger, treulöser Feigling! Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt deine Worte. Ja, das ist ein Problem. Feigelei! Feigelei! Der Zeitpunkt ist da, wie es hat eine Sprecher gewählt. Der Widerstand in den Weg geleckt! Ich hatte gut daran getan! Feigelei! Dieser Versager, dieser Schmarratzen! Ein paar Vanille, faulen Bits! Was hat er daraus gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Sonst haben wir jede Chance verspielt. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Feigelei! Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht? Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zampel in ihrem eigenen Blut! Wir müssen jetzt handeln! Ja, 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 ja!